Aber Genjis und Kikikos sind so live, weißt du, dass sich das bewegt die ganze Zeit. Noah, Reinhardt oder D.Va? Wie Daidic immer so lange überlegen jetzt, Digga? Ich würde D.Va gehen, ja. Digga, mit Daidic und Stelio Kontos in der Overwatch, Lobby, ne? Ich finde das so gut, dass man mit L1 springt, Digga, man muss verzichten den Sticks auch, weil die Sticks sind so kaputt. Du musst aber auch in dem Spiel L3 gar nicht benutzen, also... Das ist so gut. Aber Sludger ist der einzige Held, der sprinten kann, ne? Nur damit du das machst. Echt? Das ist halt wie in Real Life, Digga, auch das schnellste von uns. Ey, Digga, grad einer geht raus. Peter, Peter, du hast irgendwie vor einem Monat aufgehört. Also... Ja, tschüss, ist los, oder was? Ja. Ey, Jungs, Torwillen? Oh, Torwillen los? Oh, Noah, die haben ne Fahrer. Aber ohne Müssen. Du musst dich auf die Feral konzentrieren. Ja, die Feral fliegt. Äh, immer, ja, ja. Die, die, die fliegt der ja. Peter, was ist so, äh... Ja, der Charakter. Ey, heil mal jemand. Ja, ich hab mich grad beschäftigt, Digga. Ja, der ist schon tot jetzt. Ja, hier nochmal. Noah, hilf mir! Hey? Ach, hier ist noch jemand. Oh mein Gott, ich hab sie so gefickt. Hab's genommen. Hab's genommen. Ja, die Feral. Jungs, die DIVA, woher durch die DIVA? Ja. Magst du, wenn du lobest, musst du auf dein Heelfeld immer gesetzen. Nein, Moira, gegen Moira. Moira, gegen Moira. Moira, gegen Moira, gegen Moira. Ich glaub, du bist das. Allein? Und er hat sich durch. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich glaub schon. Hab ihn, beide. Oder? L1. Ich weiß nicht. Bei mir ist das halt was anderes. Müsst du unten rechts stehen, Mann. Weiß, glaub ich, aber Rakete. Nee. L1 ist Rakete. Hey, hier kriegt man im Spawn keinen Heel. Du musst ja eins, damit er einspun. Ach, weil der Spawn jetzt woanders ist, bro. Decker, Noah, du Noob. Ja, wie lange spielst du hier im Watch? Nein, Spaß. Seit heute. Leute, hier steht sogar Objective Contested Time. Magst du, musst du töten. Na, egal. Also DIVA macht viel zu viel Damage, das kann nicht sein. Nein, Noah! Nein. Oh. Meine war besser. Ich hab grad versucht, ein Geschütz einzuschläfer. Max hat bisher einen Gegner angehlt, den wir gekillt haben. Okay, zwei. Du hörst ruhig dich mal. Ich muss jetzt mal reinkommen. Ey, der Rainer. Hendrik, ich hab Nano, ne? Gib mal, gib mal, gib mal, gib mal, gib mal! Let's do that! Nice. Wie er nicht Max gibt, Digga. Das stimmt. Oh Mann. 370. Ey, es wäre so witzig, Digga, wie, was sind das für Gegner, Noah? Das sind keine Gegner, das sind keine Menschen, das kannst du mir nicht sagen. Na. Wir spielen grad irgendwie gegen... Nein! Zählt das als Miner? Ja. Ah Jungs, die Fracht, die Fracht ist das Wichtigste im Spiel. Max, der Swann ist einmal links und einmal rechts. Wofür ist er jetzt aus? Oh mein Gott, Digga. Digga, das ist so gottlos. Er geht alle weg von der Fracht. Nicht reinschieben, nicht reinschieben. Was? Achso. Oh, ihr seid wack, Digga. Warst du noch Highlight oder was? Na, er wollte allgemein noch gegen dich spielen. Achso, ne. Weapon accuracy. Digga. 23-0. Schnell. Oh Digga, wer ein Highlight-Intro hast, Digga. Ich schwöre, wie peinlich. Digga, Max dachte sie gerade, was ist da gerade passiert? Hanem. Ni du wüt. Påos Walden. En bin cocok. In stole am lieben. Hm. i protocols am lieben.